Und Peter Vilsmeier ist jetzt wieder bei mir, mit dem ich dieses Wahlergebnis oder diese Hochrechnung auf das Wahlergebnis hin ein bisschen genauer analysieren möchte. Wolfgang Geyer hat zuerst eine Runde mit den Club-Obleuten gehabt und da ist unter anderem die Frage aufgekommen, inwiefern Van der Bellen eigentlich einen Wahlkampf gegen seinen Kandidaten und nicht für sich gemacht hat, um zu gewinnen. Und da ist ja interessant, wie das bei den Wählerinnen und Wählern angekommen ist, also sprich, mit welchem Motiv sie den einen oder anderen gewählt haben, nämlich um ihn zu wählen oder um ihn zu verhindern. Sie haben das genauer analysiert. Schauen wir uns da die Zahlen an. Wir werden die Zahlen jetzt in der Grafik sehen und richtig ist, dass eine Mehrheit der Van der Bellen Wähler vor allem den Gegenkandidaten verhindern wollte. Allerdings muss man das relativieren. Van der Bellen hatte rund 20 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang. Es ist vielmehr auch deutlich für ihn, nämlich 34 Prozent, allerdings 42 Prozent, weniger als am 22. Mai bei der aufgehobenen Stichwahl, wollten den Gegenkandidaten verhindern. Ich muss allerdings ergänzen, weil jetzt seitens der FPÖ auch sehr betont wird, das wäre aufgrund eines Angstwahlkampfs. Das ist durch die Daten natürlich durch genau gar nichts bewiesen. Man kann jemanden auch verhindern wollen, ohne Angst vor ihm zu haben. Wie sieht das auf Seite der Hofer-Wähler aus? Auch da gibt es diese beiden Motive und Sie haben sich die genauer angesehen? Norbert Hofer als Vertreter der größeren Partei hat natürlich auch mehr Wähler, die den gewählten Kandidaten Hofer wollten und weniger Wähler, die unter Anführungszeichen nur den anderen verhindern wollten. 51 Prozent wollten seinen Wahlsieg. Das ist aber natürlich auch auf jeden Fall mehr, egal wie genau oder ungenau Umfragen sind, als die FPÖ derzeit erwarten könnte. Also kurz zusammengefasst, das Motiv, den Gegenkandidaten zu verhindern, war bei Alexander Van der Bellen größer als bei Norbert Hofer. Dessen Wähler ist es mehr darum gegangen, ihren Kandidaten in die Hofburg zu bringen, was heute nicht gelungen ist, weil Sie das Angstmachen gerade angesprochen haben und dabei darauf zurückgegriffen haben, was in der Klub-Obleute-Runde diskutiert worden ist. Inwiefern lässt sich das belegen mit Erkenntnissen aus der Befragung der Wählerinnen und Wähler, wenn man sich anschaut, dass Pessimisten oder ängstliche Menschen zum einen oder anderen tendiert haben? Also ich kann nicht die persönlichen Angstinterpretationen von Klub-Obleuten oder anderen Politikern, egal welcher Partei, nun analysieren. Aber in den Daten ist es genau umgekehrt. Jene, die zukunftsoptimistisch sind, haben deutlich mehr Van der Bellen gewählt. Die besorgten, ängstlichen, pessimistischen, wie immer man es ausdrückt, deutlich mehr Hofer. Man könnte sogar sagen, ohne diesen Zukunftspessimismus wäre Hofer unter 40 Prozent im Ergebnis gelandet. Also der Satz, Angst vor einer Veränderung, von der man nichts Genaues weiß, habe die Leute zu Alexander Van der Bellen getrieben, ist nicht belegbar mit diesen Zahlen. Nein, Van der Bellen haben eindeutig jene gewählt, die optimistisch in die Zukunft blicken, was natürlich auch wirtschaftlich und sozial gemeint ist, und ein guter Teil jener, die hier neutral sind. Vielen Dank, Peter Filzmeier, für diese weitere Analyse und den Blick mit der Lupe auf dieses Wahlergebnis vorerst. Eine ganze Reihe von Daten gibt es ja noch, die wir besprechen werden. Marie Claire.